Ha, ha, of course, friend. For Skelliger's glory! Der wird aber wahrscheinlich erst in der dritten Runde richtig fruchten. Yennefer bringt uns nicht so viel. Ich würde vielleicht ganz gerne... Brauchen wir den Hagelsturm? Ich würde erst mal die normale Rätzerin ablegen. Kriegen noch einen Bär, brauchen wir einen zweiten Bär. Den können wir halt mit Yennefer triggern, das ist ganz gut. Das ist für uns ganz gut. Aber dann können wir ja gar nichts mehr ablegen. Ich würde vielleicht die Silber-Rätzerin... Wir müssen einfach dann... Ich leg die mal ab. Wir müssen einfach... Fest daran glauben, dass wir sie wieder ziehen. Ja. Wir fangen erst mal an mit unserem Bärchen. So. Okay, nochmal später. Wir geben uns Queen's Guard, oder? Ja. Ich werde jetzt Langschwert, Schiff spielen. Ähm, danach werde ich Iris spielen. Und die werde ich dann mit dem Burgwar-Hunter triggern. Okay. Das ist, glaube ich, eine ganz gute erste Runde, oder? Dürre... Wenn alles schief geht, haben wir noch Yennefer. Dürre möchtest du erst mal behalten? Ich spiele jetzt Dürre. Ja. Ja, weil das Schiff ist halt so... Guter Einwand, oder? Ja. Wer jetzt Karten abwirft, wird dann wahrscheinlich nur die Bären triggern. Nächste Runde spiele ich halt das Breitschwert, weil dann... Den Breiten. Hm. Ich mag die Breitschwerter. Die sind auch so ein guter Wetter-Konter. Weißt du, wenn du nichts gegen Wetter hast, hast du Breitschwerter. Weil, ähm, die sterben eigentlich nicht mit den Wetter-Effekt. Die werden natürlich eher hochgebufft mit der Zeit. Danke für die Zwölfer. Ähm... Was ist, wenn er jetzt passt? Hm... Schwierig. Ich spiele trotzdem mal Breitschwert. Weil, davon haben wir noch genug im Deck. Selbst wenn er sich nicht so hoch bafft... Okay. Er bafft seine Queensguard auf den Friedhof. Haben wir... Wir haben leider nichts, womit wir die Queensguard so klauen können, ne? Hm... Sieht eher schlecht aus. Nee, wir haben nichts, womit wir Queensguard äh, klauen können in dem Deck. Schade. Wir spielen immer genau gegen Queensguard, wenn wir selber mit Skellige spielen. Wobei, ich weiß gar nicht, ob das so gemacht ist, dass wenn du dieses Deck benutzt, selber gegen diese Arten von Deckmeer spielst. Glaube ich nicht, oder? Ich weiß es halt nicht. Mhm... Ich bin sehr, sehr, sehr Angst. Selbst wenn er Iris jetzt noch bufft, können wir die wegmachen. Weil wir haben immer noch vier Schaden. Könnt sie ja heilen, aber ich glaube eher, er passt jetzt. Unser Langschwert würde er aber auch dann gar nicht mehr triggern, so das ist der Nachteil, aber egal. Na, überlegt was er spielen soll. Oh, fuck. Soll ging es mir hochkommen. Okay. Uh, ich würde Morvac ganz gerne killen. Weil Iris wird jetzt eh nächste Runde sterben. Dann hauen wir jetzt Morvac weg. Dann wird er zwar noch mal gerätzt, kommt wieder. Ja, dadurch wird Ceres wieder belebt. Er hat die nächste Runde nicht, aber die werden halt auch geschwächt. So, Morvac ist jetzt fast komplett tot. Wir werden noch mal ordentlich hochgebufft. Und Ceres hat ihren... Ceres hat ihren Timer verloren, ja. Ja, jetzt wird es passen. Ja, wirklich, ich weiß nicht, ich guck mal. Bei den Hagel stuern wir jetzt natürlich noch für die erste Reihe ganz gut. Unser Axtmann wird natürlich nicht triggern, weil er halt gebufft ist, also unser Breitschwert. Aber, ja okay, passt schon. Kritisch ist es nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir halt noch ziehen. Ähm, ich würde auf jeden Fall ganz gerne die Queensguard wieder zurückwerfen. Noch ein Bär ist gut, noch ein Breitschwert ist gut. Queensguard zurückwerfen, wir brauchen jetzt unsere Retzer. Haft-Red brauchen wir nicht. Wollen wir was spielen? Nö. Alles, was du spielen könntest, das brauchst du für nächste Runde. Ja. Das ist halt immer besser, weil er kann die Queensguard zwar retzen und es gibt ihm ganz gute, ähm, Tempo, aber er müsste sie jetzt halt noch hoch buffen, so. Ne, jetzt passt er. Wir haben gewonnen. Hatten wir schon oft genug, ne. Aber jetzt noch der eine Typ, der das Unentschieden nicht mitbekommen hat und dann haben wir ihm Spion gegeben, oder er hat uns eingegeben und dann gepasst. Wow. Schneller Gewinn? Er überlegt glaube ich, was er opfern soll. Er hat auf jeden Fall noch eine Queensguard in der Hand, das weiß ich ganz genau, weil er hat uns ja eine gegeben und er hat nur drei auf dem Friedhof jetzt gerade, oder? Eins, zwei, drei. Ne, er hat vier auf dem Friedhof. Okay, er opfert ihn ab. Warum nicht? Jetzt gibt er ihm noch Resilienz, nein. Richtig bitter, so. Ja, aber wenn er nur die Resilienz-Karte spielt, wäre das halt logisch. Obwohl, dann hätte ich die letzte Runde noch was gegeben. Oh, wir haben ein Schiff. Ein Schiff gefällt mir. Ähm, Jungle Thread werden wir abwerfen. Wir beziehen Queensguard. Oh, perfekt. Ich werde erstmal wahrscheinlich mit dem Bär anfangen. Wir haben jetzt natürlich keinen Hunter mehr. Das Gute an Queensguard ist halt auch, er muss alle in einer Reihe spielen. Alle vier werden da in der Reihe wieder überlebt. Das heißt, Hagelsturm ist auch in der letzten Runde ziemlich gut. Wenn wir die ganze Queensguard-Runde auf einmal runterreißen. Er wird wahrscheinlich nochmal sagen... Es ist vollkommen egal, was er uns klaut. Okay, er klaut uns den. Dann können wir den Zwölfer Bär mal wieder nehmen. Ich kann Milch durch meine Nase trinken. Ich will mich ja vollkommen konzentrieren und du haust einfach so ein Wort raus. Na, wird er den retzen und nochmal seine Queensguard buffen? Höchstwahrscheinlich. Ich bin gerade noch überlegen, was man noch so spielen kann. Ich würde jetzt ganz gerne erstmal das Schiff raushauen, dass wir die Kunde holen. Ah. Da siehst du, das ist halt nämlich kritischer. Weil jetzt, wir könnten theoretisch ein Schiff retzen und die Reihe wieder spielen, wollen wir das machen. Das ist glaube ich die beste Variante, oder? Auf die Rundenanzahl glaube ich ja. Es sei denn, er hat jetzt noch ein Schiff. Äh, Zier. Ja, wenn er noch ein Zier hat, ist das aber auch glaube ich gar nicht so schlimm. Okay, er macht das Schiff kaputt. Jenefer wird auf jeden Fall ein ganz gutes Powerplay für uns. Sieh, sieh. Er hat noch eine von denen auf der Hand. Ähm. Ähm. Willst du Jenga holen? Oder willst du erstmal Jenefer spielen? Ich weiß nicht, ob er hat da noch irgendwas Starkes? Also ich würde Eskel gerne behalten, aber was könnte er so Starkes haben? Ja, Queen's Guard würde ich halt mit Jenefer kontern. Wir könnten, also, äh, Queen's Guard, wenn er Queen's Guard retzt, hätte ich ganz gerne noch Jenefer oder einen Hagelsturm. Ähm. Das Problem ist, wenn ich jetzt an Quaid spiele, rufen wir nochmal zwei Kreaturen. Das ist gar nicht so gut für den, äh, für Jenefer. Wir könnten jetzt aber auch Eskel machen und könnten einen Achter von ihr wegmachen. Die Frage ist, ob er noch eine stärkere Kreatur hat. Den Neuner kannst du doch wegmachen. Ja, meine ich ja. Mir fällt jetzt nichts in Skelliger ein, was mehr Stärke hat. Von daher würde ich vielleicht ganz gerne erstmal Eskel spielen. Und würde einen Neuner-Meg machen. Er könnte halt natürlich jetzt noch unseren Achsmann hier retzen. Das wäre eine Option, dass er halt noch irgendwas Starkes retzen kann. Man muss die Queen's Guard jetzt auch bald spielen. Spätestens in drei Runden. Naja, für die Queen's Guard haben wir noch den Hagelsturm. Da sollte der Hagelsturm auch bleiben. Das würde auch wahrscheinlich die nächste Karte haben. Ich will nicht, ob ich halt nächste Runde einfach Yennefer spiele. Aber ich würde vielleicht erstmal ganz gerne, ähm, an Kraid spielen. Und würde die... ...Retzerin wegmachen mit Django. Ja. Na, er retzt noch den. Ja. Er retzt die Queen's Guard. Ich würde ihn auch nicht... Ich würde die Queen's Guard auch nicht genau. Falls er noch was hat. Zum Retzen. Oder zum Waffen. Machen den einen Charme, machen die einen Charme. Wir haben aber auch... Sein Hagelsturm wird nicht so effektiv wie unser Hagelsturm. Und dadurch, dass er viel mehr Kreaturen auf dem Feld hat als wir, ist Yennefer halt natürlich auch Premium. Richtig. Die Frage ist, was wir zuerst machen. So ein Hagelsturm oder Yennefer. Ich würde fast sogar Hagelsturm jetzt nächste Runde spielen. Ja, ich würde Yennefer machen. Sicher? Ja. Wenn er noch was zum Buffen hat. Für die letzte Runde ein Horn oder so. Dann hast du dann noch den Hagelsturm. Dann macht Yennefer aber auch zwei Schaden. Aber Yennefer greift halt alle an so. Und Hagelsturm nur die erste Reihe. Ja, dann ist es doch aber egal, ob du Yennefer zuerst spielst oder Hagelsturm. Naja, der Hagelsturm wird auch durch Yennefer geschwächt in der Melee-Reihe. Mal gucken mal, was er jetzt spielt. Ich würde jetzt fast sogar Yennefer spielen, weil dann resettet sich unser Crate nächste Runde. Sonst resettet er sich, glaube ich, gar nicht mehr. Weil der Teil mal so blöd ist. Ne, der resettet sich jetzt nur noch einmal. Das heißt, ich würde jetzt erstmal Yennefer. Ja. Das kostet ihm viel mehr als uns. Viel, viel mehr. Aber das ist blöd, das ist das Letzte. Oh, der brennt nichts weg. Das ist gut. Wir haben gewonnen. Wake up! Hui Junge! Das war eine schöne Runde, muss ich sagen. Skellige macht irgendwie am meisten Spaß, weil Skellige... Weiß nicht. Weil die Runde quasi klappt. Also wir haben mit Skellige gegen Skellige gespielt. So, send good game. Und... Es gibt übrigens am Ende darunter einen Kartenfass. Und wir werden Rang 14. Jawoll! Sag ja, wir kacken die Fässer. Scraps. Wieder eine Menge Scraps bekommen. 280 für Rang 15. Na gut. Wir sehen uns nächste Runde wieder. Bis gleich. Dagon. My folk have suffered much. Damit Hallorna jetzt willkommen zurück zur nächsten Runde, Gwent. Hab ich ganz vergessen zu sagen. Ähm... Ja. Elerwind abwerfen. Jetzt haben wir zwei Wardancer. Aber wir müssen auch eine von den Blue Mountains abwerfen. Wardancer. Okay. Haben wir noch eine Möglichkeit, Wardancer mit Francesca höchstens am Ende. Wir haben auf jeden Fall unseren Clear Skies. Ich hab übrigens grad wieder die Katze im Gesicht hier angefangen. Schwanz. So ein Katzenpoko. Prüf. Nee, die legt sich halt gerne hin. Jack oder... Äh... Blackie oder... Ceres. 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 Ja, meine Katze heißt wie die Anführerin von Skelliger. Frag mich nicht warum. Also... Also mein kleiner... Der Name hat einfach gepasst. Mein kleiner Kater, der legt sich auch immer gerne halt oben rauf auf dem Schreibtisch. Aber er ist halt wesentlich kleiner, ne? 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 Was... Möchtest du tun? Just do it. Äh... Eisen drin? Toro? Hew, du willst immer einen Schaden machen, wenn's so rumspringt. Aber so kritisch ist das nicht. Ähm... Frost in die Reihe ist nicht schlimm. Weil wir haben noch unsere... Ach ne, das sind die Offiziere. Ha, das sind gar nicht die, die Wetter weg machen. Egal, mich einen rein und dann... Guck was du bekommst. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Hier liegt auch noch nichts. Ähm... Ich leg mir noch einen Mordlancer ab. Ja, da ist er. So... Jetzt wird noch Aleria aus dem Deck kommen. Ich würde sagen, jetzt passen wir, oder? Weil wir haben... Weil wir jetzt noch einen Frost spielen auf die Reihe, ist halt einer tot. Ja, egal. Dann spielen wir noch Mauren in die Reihe. Ok, Ragnarok greift immer die Höchste an. Da wir jetzt keine lange Runde mehr wollen, passen wir. Ragnarok wird jetzt nicht mehr viel Charme machen. Und er hat schon eine Karte weniger. Ähm... Tofu gibt uns nochmal 14 Stärke oben drauf. Ok. Na, dann wäre der Effekt umsonst... Den hätte er früher ausspielen müssen. Ich weiß nicht, warum er so lange gewartet hat. Ok, er hatte Frost. Aber Frost haben wir ja dann weggemacht. Ich verstehe halt nicht, warum er einfach gepasst hat. Weiß es nicht. Ok, die ist schon mal gut. Der ist auch ok. Die nehme ich beide. Wir können zwar was ablegen, aber... Warum? Ich will jetzt nichts Schlechtes ziehen. Ich habe mehr Angst, was Schlechtes zu ziehen, als was Gutes. Willst du eine lange Runde machen, oder möchtest du zwei mittlere haben? Ich will eine kurze Runde jetzt machen. Ich würde dem Spion gehen. Oh, ich hätte den Hagelstrom nehmen müssen. Ja. Das war jetzt nicht gut. Egal. Ich will dann auch noch den Elfen müssen nämlich spielen, weil ich... Die macht hier immer nur Faxen auf dem Tisch, ne? Ich würde gerne noch den Elfen müssen nämlich spielen. Dann muss er noch eine Karte raushauen, weil sonst können wir uns ja noch die Runde holen. Und die ist nächste Runde eh nicht so gut. Ja, wobei er behält eine Sechser. Dann machen wir unser Blue Mountain Kommando. Ich habe bis jetzt Dagon noch gar nicht so genutzt wegen Wettereffekten und so. Okay, er hat den Fogling gespielt. Ja, pass mal. Wir haben zwei Karten mehr. Das müssten wir hinkriegen. Er beginnt zwar mit einer Sechser, aber alle unsere Karten haben mehr Wert als eine Sechser, sage ich mal. Okay. So. Den Offizier. Weiß ich gar nicht, ob wir den abwerfen wollen. Mowren habe ich ganz gerne behalten. Ähm... Ich würde ganz gerne noch einen Marksman ziehen, so. Wollen wir Wetter... Oder wollen wir Mowren ablegen? Mowren oder den Offizier. Aber keine Frage. Ja. Ja, weil es ist halt auch um Wetter-Monster denken, da habe ich auch Angst vor. Richtig. Ähm... Oh nein, er spielt ein Nebel. Wer hat das jetzt nicht kommt. Erstmal, was können wir abwerfen? Was wollen wir halt nicht haben? Schelden? Bringt Schelden? Oh, bei Schelden würde ich ganz gerne haben. Schelden bringt doch was. Ah, bringt was. Eigentlich bringt uns die ganze Hand was, so. Vielleicht bis auf dem Nebelsturm. Ich spiele jetzt erstmal die Hand da. You're dead already. Ich greife die Vierer an, weil wenn er jetzt in die Reihe nen... Okay, er macht ihn weg. You're dead already. Okay. Oh, das ist okay. Sehr fies. Das ist aber nicht schlimm, finde ich. Brauchen wir... Zwei davon. Die Frage ist halt, was er noch anstellt. Ich meine, du kannst ja notfalls immer noch einen reinmischen, aber... Ich würde... Ich weiß auch gar nicht, ob wir... Gut, wir machen jetzt nicht mehr so viel Schaden. Und im Zweifelsfall kannst du dir aber auch noch mal einen holen. Also... Im Grunde... Wir könnten jetzt halt einen spielen und den da in die Reihe ziehen, ne? Mhm. Ähm... Würde ich vielleicht sogar ganz gerne machen. Boah! Weil der Hagelsturm fruchtet dann halt erst, wenn wir hier ziehen. Ich meine, dass der Marksmann jetzt gelockt ist, ist, finde ich nicht so kritisch. Okay, er hat noch eine von denen auf der Hand. Das ist aber gut. Dann können wir mit Art die beiden zurückstoßen und haben Hagelsturm auf die letzte Reihe. Perfekt. Den behalte ich. Ähm... Spiel doch die Fünfer. Mit dem Quen. Fünfer? Ich würde ganz gerne Soltan halt ziehen. Den kannst du dir aber auch raus. Das Problem ist, also... Das Problem ist, die... Ja, die können wir spielen. Aber... Sheldon's Gags hätte ich noch ganz gerne für die hier. Wir hätten natürlich auch in eine andere Reihe spielen können. Und die letzte, das wäre Klugger gewesen. Wir haben so viel Fehler. Ja, ich mache so viel Fehler gerade. Ähm... Der Offizier bringt ja noch was. Wir können auch mit Francesca den Offizier einfach abwerfen. Das ist, glaube ich, das Beste. Weil... Der bringt uns jetzt nicht mehr so viel. Und dann hätte ich ganz gerne lieber Soltan noch mal zu ziehen. Den halt für einen ultimativen Hagelsturm. Ach, ultimat. Oder um unsere Fünfer zu braffen. Unglaublich. Der krasseste Hagelsturm, den ihr jemals in Gwent gesehen habt. Gleich. Eigentlich nicht. Jetzt kommt Verbu. Und dann kommt so... Hm. Das war's schon. Er überlegt auch. Einfach so ein Hagelsturm auf die ganze Reihe. So auf die leere Reihe. Wir können halt... Wir können halt noch relativ gut zielen. Ja, er lockt den halt. Bist ihr den noch in die letzte Reihe? Kann ich jetzt schon machen, aber... Ich würde vielleicht ganz gerne erstmal Sheldon hier ausschalten. Sheldon. Reis! Reis! Keine Reihe ist bis jetzt dran gefährlich. Das gefällt mir irgendwie. Okay, er lockt nochmal. Was lockt der denn alles? Was? Ich weiß es doch selber nicht. Ähm... Ja, er spielt jetzt erstmal Art. Ich glaube nicht mehr, dass wir verlieren. Also... Ich habe gerade nochmal auf die Punke geguckt. Wir liegen so weit vorne. Wir haben noch den Hagelsturm. Und wir können dann eine komplette Reihe nach hinten ziehen. Ein Hagelsturm rettet ihn auch nicht mehr. Nein. Wir müssen jetzt schon aufpassen. Aber ich konnte dann nochmal sein Hagelsturm und unser Hagelsturm. Äh, du wirfst mir ein Hagelsturm ins Gesicht. Ja, wir haben auch einen Hagelsturm. War das schon die zweite Runde? Ja, oder? Ja. Ja, das war eigentlich die zweite Runde. 36... Wieso kriegt man bei manchen Games weniger Punkte als bei anderen Games? Also wir haben mit 36... Davor haben wir glaube ich 45 Punkte bekommen. Woran liegt das? Weil er war ja ungefähr auf unserer Stufe, oder? Vielleicht weil... Äh... Wir... Er auch? Naja, aber die Runde ging trotzdem schnell. Vielleicht weil er in letzter Zeit häufiger verloren hat? Ich weiß es nicht, woran das liegt. Ich weiß es auch nicht. Ich blick... Also ich blick bei... Was am Games-System ganz toll ist, du kriegst, wenn du gewinnst, 45 Punkte oder so. Wenn du verlierst, verlierst du aber maximal so 10 oder 12. Ja, da kannst du auch mal deine Freundin spielen lassen. Die haut jetzt Ranking runter. Na gut. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge Gwent Ranking. Wir machen jetzt noch einen Kartenfass auf, für die, die es sehen wollen. Bis dahin haut rein. Ciao. Und die anderen, die... Gucken wieder, was wäre so tolles aus dem Kartenfass. Wir werden eh nix tolles kriegen. Ich habe glaube ich einmal einen Kartenfass bekommen, wo ich damals zwei Goldkarten raus hatte. Und das war gut. Also das war dann noch eine epische Goldkarte und eine legendäre Goldkarte. Aber seitdem... Irgendwie keine tollen Kartenfässer mehr. Wow. Wie wärs, wenn du mal wieder milzt? Oh, wie wärs, wenn du mal wieder milzt? Sieht ja schon aus wie bei dir zuhause. Was soll das jetzt heißen? Außerdem haben wir noch nicht so viele Kartenüberschuss. Wollen wir wetten? Soll ich mal gucken, ob wir milen können? Komm, wir gucken jetzt mal, was wir milen können. Ah... Collection. Wir können nicht so viel milen. Ja, guck mal. 710 Scraps. 45. Das war jetzt nicht so viel. Na gut, das war's mit mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und rein. Ciao.